Hi Leute, jetzt hab ich euch aber überrascht, oder? Leute, ich habe vor, einen Rekord aufzustellen. Wow, ich werde der schnellste Hund der Welt. Leider bin ich nur so schnell wie eine Tomate. Okay, ein bisschen schneller. Ich kann ja der lauteste Hund sein. Hört zu. Wow, uu, 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 uu. Ihr müsst dazu aber die Lautstärke ganz nach oben machen. Wow, sonst funktioniert das ja nicht. Naja, so laut war's noch nicht. Ach egal, ich brauche kein rekordzinkerndes Gesicht. Ich grüße da noch die Socke. Oh Mann, ich bin so kaputt. Ich muss dringend ins Bett. Ciao, ciao, wow, wow.